3 Mein Name ist Hans-Peter Kreia-Biol Das ist mein Lebenspartnerin, Lilian Morgenthaler Wir hatten einen ganz köstlichen Umzug Zwei ausserordentlich nette Männer haben uns das ganze Immobilier aus dem Lager wiedergebracht und da rein super versorgt Ich bin begeistert und ich muss sagen, es war ein toller Umzug Danke vielmals Danke Ihnen